Herzlich willkommen im Honigpott. Mein Name ist Martin und ich möchte euch was über Bienen erzählen. Heute geht es insbesondere ums Wachs. Ich habe ja schon Wachs geschmolzen und einen Wachsblock hergestellt und jetzt habe ich den Wachsblock zu Burhan gebracht und Burhan hat nämlich eine Mittelwandmaschine, womit man wieder Wachsplatten daraus herstellen kann. Möchtest du dich vielleicht erst mal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Burhan Ciavas. Ich bin ein Wachsumarbeiter mit kleinen Mengen ab 10 Kilo. Als erstes wird der Kessel vorbereitet. Es kommt ein bisschen Wasser in den Kessel und dann kommt da später das Wachs drauf. Der Kessel ist außenrum mit Thermoöl gefüllt, um das schön gleichmäßig aufzuwärmen. Von den Wachsblöcken, die ich geliefert habe, wird als erstes ein bisschen was abgeschlagen, was dann als Rückstellprobe aufbewahrt wird. Als nächstes werden die Wachsblöcke zerschlagen, weil in den kleinen Kessel passen die sonst nicht rein. Der große Kessel ab 40 Kilo könnte die Wachsblöcke auch direkt so aufnehmen. Wenn die Wachsblöcke zerschlagen sind, dann können die in den Kessel reingepackt werden. Das dauert eine ganze Zeit bis der Wachs ordentlich geschmolzen ist. Deswegen verschwinde ich hier gleich wieder und komme nach einigen Tagen wieder, wenn Burhan nochmal eine andere Charge macht. Deswegen sehen wir auch gleich, dass Wachs aus dem großen Kessel kommen. Das Heizelement heizt den Kessel auf ungefähr 80 bis 85 Grad auf. Das Heizgerät wird deswegen auf ungefähr 90 Grad eingestellt. 88, 90 und dann wird der hier auf 80 sein. Wenn das ganze Wachs geschmolzen ist und der Kessel gut auf Temperatur ist, dann kann der eigentliche Prozess losgehen. Aus dem Kessel wird das Wachs erstmal rüber zur Maschine geleitet und dort nochmal in einem kleinen Zwischenbehälter aufgefangen, der auch nochmal die Temperatur ein bisschen anpasst. Aus diesem kleinen Kessel läuft das Wachs dann unten raus auf die eigentlichen Walzen, die die Mittelwände formen. Das Wachs läuft zwischen diese beiden Walzen. Oben ist es noch flüssig und dann die Walzen werden gekühlt und unten raus kommt dann schon sozusagen eine endlos Mittelwand. Das ganze wird hier über einen Motor angetrieben, dass das schön gleichmäßig läuft. Hier sieht man jetzt von unten die Mittelwand rauskommen. Die Ränder sind hier noch ein bisschen ungleichmäßig und werden später im Prozess abgeschnitten. Hier sieht man nochmal die ganze Walzen Einheit. Beide Walzen werden also hier gekühlt und können so die Wachsplatte formen. Das Kühlwasser ist mit einer speziellen Flüssigseife versetzt. Die Flüssigseife ist ein Trennmittel für Wabenproduktion, die speziell dann auch für Lebensmittel geeignet ist, weil im Wachs landet ja am Ende der Honig. Hier kommt der Mittelwandstrang aus der Maschine raus und wird als erstes auf die richtige Breite geschnitten. Die Breite kann hier eingestellt werden, je nachdem welche Wachsplattengröße man benötigt. Die abgeschnittenen Teile wandern wieder in den Kessel und können so im Prozess weiterverwendet werden. So wird möglichst das gesamte Wachs für die Mittelwandherstellung verwendet. Das Einschmelzen dauert hier wieder eine ganze Zeit. Ich habe das hier einfach mal im Zeitraffer reingepackt und man sieht, dass das so langsam vor sich hinschmilzt. Wenn die Seiten abgeschnitten sind, läuft das Ganze hier nochmal durch eine Walze durch, sodass die Mittelwand schön glatt wird und dann am Ende wird die mit einem automatischen Messer abgeschnitten. Auch hier wieder auf die passende Länge, die man für seine Mittelwände benötigt. Die Wachsplatten werden dann gesammelt und in zwei Kilo Blöcken erstmal an die Seite gelegt. Die müssen dann eine ganze Zeit trocknen und wenn die dann getrocknet sind, können die eingepackt werden. Da entsteht dann das eigentliche Wachspaket, was man dann auch wieder abholen kann. Hier ist nochmal der ganze Prozess. Das Wachs wird im großen Kessel geschmolzen, dann kommt das über die Rinne in Richtung Maschine. Kurz vor den Walzen wird nochmal die Temperatur ein bisschen angepasst und dann läuft das Wachs hier auf die Walzen drauf, wird dadurch geformt, dadurch dass es dort abkühlt und unten raus kommt dann die Wachsplatte. Als nächstes werden die Ränder abgeschnitten, damit wir die richtige Breite haben und dann wird die Wachsplatte nochmal gerade gerückt und am Ende abgeschnitten. Fertig ist die Wachsplatte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.